Der Wachtturm könnte eventuell... Ne, so weit kann er nicht schießen. Ah, machen wir es so, natürlich. So, und jetzt können wir hier mal die ganzen Lackschäden reparieren. Äh, die ganzen Lackschäden, sag ich schon, die ganzen Kratzer an der Außenhülle von unseren Gebäuden. Dann knallen wir uns hier noch eine Werkstatt hin zur Reparatur. Dann können wir drüben vielleicht noch ein paar Heliports oder so setzen. Brauche ich hier noch einen Wachtturm? Ne, die kam jetzt sehr selten. Ich glaube kaum, dass das einen Wachtturm rechtfertigen oder lohnen würde. Weißt du, was kommt gleich eine Werkstatt hinterher? Ich würde sagen, wir haben Fuß gefasst. Zumindest so halbwegs. Jawohl, Zahn! Breche auf! Jawohl, Zahn! Dass sie hier Diagonal sammeln wollen, alles gut, aber das frisst natürlich sehr viel Zeit. Wenn die da erstmal so eine Diagonalspur fahren wollen, das ganze Runden, wenn die Ressourcen nebendran schon liegen. Da sind sie auch schon voll und kehrend zurück. Ja, 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 ich weiß. Ja, nach oben ist die Karte tatsächlich noch ein bisschen größer. Ich stelle mir das übrigens schon für die letzte Mission sehr passend vor. Keine Ahnung, nehmen sie Cain gefangen oder vernichten sie die letzte Not-Basis in Europa. Wir schicken ihnen dafür ein mobiles Baufahrzeug, zwei Credits und keine Ahnung, zwei so Zivilisten, die gar nicht kämpfen können. Oh ja, das ist ein sehr angenehmer Missionsstart, da bin ich auch gerne dabei. Nein, da soll man sich natürlich nicht beschweren. Mir gibt anscheinend die Kriegssituation nicht her. Ich würde dich gerne so bauen, dass wir hier nichts anderes blockieren. Aber ich glaube, da ist immer so ein zusätzliches Fenster wird eingerechnet, dass man da dran vorbeifahren kann. Du hast fertig gebaut. Ich will trotzdem noch mehr in den Wachturm. Den knallen wir damit hin, dass der jetzt zumindest ein bisschen diese Leute beschäftigen kann. Schau, da kommen sie nämlich schon. Wir vielleicht noch ein, zwei drüber setzen können, aber... Naja, oh, er wird repariert und das sehr, sehr schnell. Bisschen Energie noch dazu, weil da auch nochmal so viel. Ich liebe Eugl schon wieder mit den Heliports, aber da muss ich mich noch ein bisschen gedulden. Da müsste man sechs Stück, glaube ich, hinkriegen ungefähr. Wenn dir das auch egal, dann ziehen wir die da alle länger nach hoch. Eine Funk- und Radarzentrale. Wobei, ich kann die... Ich muss ja nicht unbedingt da alle hinbauen. Machen wir Funk- und Radar, dass wir ein bisschen eine Übersicht zusammenschustern können. Du fährst auf die Reparaturstation. Ne, noch nicht. Jetzt kannst du drauf fahren. Die sollten hier mit dem fertig werden. Alles kein Problem. Jetzt reicht das Geld wahrscheinlich nicht, weil ich hier alles noch gleichzeitig repariere. Tatsächlich, aber egal, deswegen ist der Panzer wieder bei einem halbwegs passablen Zustand. Der rausgeschöpft, der geht ja beim Panzer, wäre im Gefechtsstand wahrscheinlich so das Blödeste, was passieren könnte. Oder im Gefechtszustand. Das siehst du, da würden sogar nicht mal alle hinpassen. Da passen bloß zwei nebeneinander. Ah, das wäre so ein Flam-Panzer-Auto. Und da kommt auch irgendwas. Die sind aber auch schon sehr demoliert. Interessant. Ich weiß nicht, ob die Brücke... Da schaut ein bisschen demoliert aus, oder? Ja, so ein bisschen da und da. Dass der das Ding zerstören kann dann. Das wäre jetzt ja unschön. Warte mal. Ach ja, genau. So sah es früher aus. Man hat genau gar nichts erkannt. Was das sein soll. Also vielleicht hinten in den Tank. Und jetzt erkennt man zumindest, dass da vorne eine Kabine drauf sitzen soll, wo ein Fahrer drinnen sitzt. Ich verstehe. Stück zurück. Das soll alles hier der Wachtturm machen. Wir haben ja auf einmal auch so viel Geld. Seltener Zustand. Gleich ein Helipod. Ich würde mit denen gerne da oben diese Dinger wegmachen, wahlweise. Das ist doch keine Lufteinheit. Was macht niederländer für Schaden an dem? Nur nicht verkehrt. Wenn die sich dann auf den Weg machen, uns anzugreifen, können wir mit den Orcas auf jeden Fall die abfangen. Das ist nicht gerade unwichtig. Das sind die Orcas und uns natürlich eine sehr große Hilfe dabei. Ein BMT zur Erkundung. Und schon wieder vollgetankt. Das geht echt schnell bei denen. Aber ich muss sagen, es hat sich so angefühlt beim Hochscrollen, dass die Karte nicht quadratisch ist, sondern auf jeden Fall quasi in der Länge oder halt in der Höhe wesentlich größer als in der Breite. Aber jetzt auf der Karte sehe ich gerade, es schaut ja ungefähr gleich aus. Also langsam können wir uns auch gegen seine komischen Angriffe zur Wehr setzen. Dich machen wir mal kaputt und mit dir fahren wir mal eine Erkundungstour. Wobei, mit dir fahren wir erstmal an diese Stelle, weil mich nicht schwer, dass ich da nicht alles erkundet habe. Das muss leider zuerst sein. Das hat überlebt, aber da kommt er uns entgegen. Oh ja, und ich sollte schauen. Nicht, dass wir jetzt so viele Ressourcen auf Lager haben. Gleich mal noch zwei Panzer. Okay, da unten ist quasi nur der Strand. Nichts mehr zu holen für uns. Aber ich dachte wirklich, es wäre hier noch eine Komomando-Mission gewesen. Da hatten wir ja bis jetzt nur eine. Wenn ich mich richtig entsinne. Und zwar, wo wir dieses Kraftwerk zerstört haben. Ansonsten war ja da nicht viel los. Oder habe ich irgendeine vergessen? Ne, ich denke, es müsste bloß die eine gewesen sein. Wo ich da ein bisschen länger dran rumprobiert habe. Mittlerweile besitzen wir fünf oder sechs Panzer. Ne, der fünfte ist da. Der sechste rollt gleich vom Band. No, 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 no. Was sehe ich denn da? Oh, da will ich nicht hin, da will ich nicht hin. Stopp, stopp, stopp. Das wäre so sehr schnell in die Hose gegangen. Das sind aber gerade sehr viele Panzer. Dann kommen wir denen mal zuvor. Die Scheune. Gretchens Haus. Mit solchen Techniken sind wir da auf jeden Fall sehr gut aufgestellt. Mit einer Werkstatt, mit anderen Reparaturmöglichkeiten. Äh, Quatsch, andere Angriffsmöglichkeiten. Das gefällt mir ja nicht, was sie da vorhaben. Ja, ich bin mit einem anderen Componenten. In Ordnung. Reparatur läuft. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Reparatur läuft. Reparatur läuft. Reparatur läuft. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Bestätigt. Wird gebaut. Geldmittel unzureichend. Reparatur läuft. Reparatur läuft. Jawohl, Psalm. In Ordnung. Jawohl, Psalm. Jawohl, Psalm. Jawohl, Psalm. Ja, bis der Flieger ist ja schon längst tot. Konstruktion fertig. Jawohl, Psalm. Jawohl, Psalm. Jawohl, Psalm. Jawohl, Psalm. Das ist mir jetzt aber schon sehr unangenehm. Ach, wieso schicken ich denn das BNT nicht, Doofkopf? Jetzt kommt ja schon wieder so eine Artillerie. Ich frage mich nicht, wieso der manchmal meine Befehle ignoriert. Das haben wir bis sonst nach Norden durchkämpfen, hat er gesagt, und irgendwie Kontakt herstellen. Schauen wir uns da mal ein bisschen um. Vielleicht müssen wir sogar hier hin. Nicht, dass ich jetzt irgendein Event auslöse. Oh, hier ist irgendwas. Ah ja, eine gegnerische Basis, wo ich von hier aus nicht drankomme, okay. Komme ich da irgendwie hoch? Was ist das? Aber da kann man bestimmt taktisch irgendwas machen. Oh, das ist diese Biowaffenanlage, wo da geforscht wird. Aber die soll ich ja, glaube ich, nicht kaputt machen, oder? Oder sollen die Silos sein? Ich weiß nicht, was es ist. Ressourcen kommen rein, Panzer verlassen bitte das Fließband. Ach so, warte mal, da kann ich natürlich euch zwei wieder nehmen. Wobei da ihr zwei ja wahrscheinlich nicht reicht, aber zumindest ein Anfang kann schon mal gemacht werden. Wieso seid ihr bis da hochgeflogen? Wieso seid ihr bis da hochgeflogen? Aber ich dachte schon, die machen das die ganze Zeit. Die haben es jetzt bloß einmal gemacht. Okay, alles gut. Oh, ich kann ja nicht mal... Na gut, dann stellen wir den da mit hin. So, haben wir das auch. Jetzt kommen sie da wieder angelaufen. Aber mit euch drei kann ich schon am Anfang hier die zu zerstören, damit ich mich da ein bisschen umschauen kann. Ja, ich weiß ja, wie wir da oben hinkommen sollen tatsächlich. Wahrscheinlich müssen wir da wirklich außerhalb fahren. Ich sehe da ein bisschen Artillerie auf uns zukommen. Und da haben wir noch den Turm... Hier ist auch nochmal Tiberium und nicht gerade wenig, okay. Zumindest schaut es hier gerade nach nicht gerade wenig aus. Dann muss da oben als nächstes der Turm weg. Wieso bist du denn jetzt schon wieder beschädigt? Ach so, weil er wieder da in die Nähe von dem hingeflogen ist oder was? Ei, ei, ei. So, in dem Fall hat er gleich Munition getankt. Das heißt, wir können direkt los. In Ordnung. Ich würde sagen, so langsam aber sicher drängen wir ihn zurück. Alles vollgetankt und rüber da. Und das passt sogar zeitlich ziemlich cool, weil wir haben hier auch nicht mehr so viel Tiberium liegen. Wie er direkt schon bei grünes Reparieren anfängt. Bring ihm aber auch nichts. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir vor dem Sammler trotzdem nicht, dass da eine unschöne Überraschung auf uns wartet. Ich rechne eigentlich noch mit einem Haufen an Geschütztürmen, genau. Ach so, das sind die, die da außen rum gehen. Okay. Und da wäre direkt auch noch sein Sammler. Gut. Der Fußsoldat hat aber nicht getroffen. Und dann holen wir uns da unten noch den Turm und dann müsste da eigentlich alles frei sein. Die kommen von da oben. Das heißt, wir müssten dann da oben alle hinziehen. Jawohl, wie er gleich wieder direkt reparieren will. Jawohl, Sir. Ach, jetzt fängt er schon an, da unten auch Ressourcen zu greifen. Da muss ich ihn ja direkt wieder ausbremsen. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Du lieferst mal ab und du hast eh nichts geladen. Dann mal rüber da mit euch. Was kann da wieder keiner drauf schießen? Warum denn nicht? Zurück, zurück, zurück. Ja, genau deswegen. Was ist, gibt es ja noch Schaden von so einem Dings da wieder? Die stehen, die sitzen da oben schön auf dem Hügel. Ach, ich weiß nicht, was ich hier für einen Tipp oder was finden soll. Jawohl, Sir. Um den Typen da zu finden. Warte mal. Ziehen sie den Nordfluss und stellen sie Kontakt mit dem her. Oder ist er da irgendwo zwischen den Dörfern oder so? Jawohl, Sir. Will er sich da hinfahren? Hat er sich da an dem Hof versteckt oder wie? Oder kommt er erst raus, wenn wir alles zerstört haben? Es wird irgendwie sowas wahrscheinlich sein. Jawohl, Sir. Reparatur läuft. Jawohl, Sir. Weil während der repariert wird, können wir schon mal den da weg machen. Da brauchen wir bloß drei Stücke anstatt vier. Und dann können die nochmal nachladen. Und dann, ja, würde ich sagen, machen wir einfach mal ab und zu Jagd auf dessen Sammler. Oder auf deren Sammler. Bringt wahrscheinlich auch jetzt so viel, aber besser als... Bestätigt. ... ihn ungestört sammeln zu lassen. Brecher auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Recher auf. Jawohl, Sir. Recher auf. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Halt. Jawohl, Sir. Hier drei Stücke aufgetankt. In Ordnung. Da oben fährt er. Schaut mal, ob ihr den kriegen könnt. Jawohl, Sir. Bestätigt. Vorher speichern wir mal. Jawohl, Sir. Nicht, dass das wieder eine Falle ist. Reparatur läuft. In Ordnung. Lieber abdrehen. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung.